Eine Winner-Mentalität hat doch derjenige, der im richtigen Moment ins Schwarze trifft. Und ins Schwarze Treffen, das ist genau die Kunst, die Persönlichkeiten, die erfolgreich sind, immer im Griff haben. Zum richtigen Moment, am richtigen Ort, die richtigen oder die besten Leistungen anprüfen. Was solche Persönlichkeiten ausmacht, ob man so eine Winner-Mentalität mitbringt oder vielleicht sogar trainieren kann, diesen Fragen wollen wir am Mentalsymposium am 29. März im Volkshaus nachgehen. Eindrückliche Speaker wie Dr. René Barsch, Marina Brühlhardt oder Patrick Fischer werden gemeinsam mit Arne Fetscherin und Michel Heimberg ihre Gefühle, ihre Erfahrungen und ihre Gedanken dazu bekommen. Komm auch du ins Volkshaus und lass dich beeindrucken. Vielleicht kannst du ja das eine oder andere für deinen Weg, für deine Leistungsmomente mitnehmen. Ich bin Sabrina Erni, arbeite in der Sportmentalakademie und werde mich sicher nicht entgehen lassen, an diesem Symposium dabei zu sein.